Hallo, ich bin's, die Steffi von Wiesengaudi TV und bei mir ist Timothy Peach, ein bekannter deutscher Schauspieler. Hallo Timothy, wie geht's? Super! Na ja, wenn man auf der Wiesn ist und im Trocknen steht und ein Bier in der Hand hat, ist doch nett. Lieber helles oder lieber Pilz? Na schon das eigentlich das ordentliche, gescheite Oktoberfestbier, aber jetzt ist die halt mit dem vorbeigekommen, das ist noch Weißbier, es geht auch. Es soll ja unglaublich gesund sein, Hefe, Weißbier und ist ja sogar ein besserer Mineralträger als alle Mineraldrinks, die es überhaupt gibt. Man sagt sogar, es ist isotonisch. Was machst du denn, um dich auf die Wiesn vorzubereiten? Trainierst du so ein bisschen oder brauchst du das nicht? Also ich glaube, das Ausdauertraining verdoppelt sich und sozusagen die ganzen Kalorien, die man sich nachts da so reinschaufelt und reindringt, wieder abzuarbeiten. Also Spinning ist ja sehr gut die Sache und da werden halt statt eine Schicht werden mindestens zwei Schichten die Woche. Dann gehe ich jeden Morgen laufen am Kanal da, Nymphenburger Schloss. Das muss auch sein. Aber es ist natürlich schwer nach dem Oktoberfestabend. Ja, jetzt mal unter uns. Du wirst doch wohl nicht mit einem riesen Kater zum Joggen gehen oder doch? Doch, doch. Aber da habe ich halt meinen Rollator dabei, dann geht das schon ein bisschen. Brillant! Es gibt einen Rollator zum Joggen oder hast du so einen alten Kinderwagen? Das ist ein Rollator mit Elektroantieb. Der zieht mich sozusagen. Und da sind noch drei Liter Wasser dabei mit so einem Schlauch, weißt du, dann... Brillant! Aber weißt du, eigentlich müssten wir golfen gehen. Das wäre eigentlich genau dasselbe. Na, golfen ist ja nichts für mich. Noch nicht. Also gib mir noch zehn Jahre, dann sind die Kinder durch und dann kann ich mich ums golfen kümmern. Aber... Ja, aber weißt du, der Schwung, der muss eigentlich schon früh antrainiert werden. Du solltest lieber jetzt anfangen. Ja, ich habe den Schwung schon ein paar Mal trainiert. Das ist sauschwer. Finde ich. Also... Sag mal, ich habe vorher gehört, du hast ja auch einen britischen Ausweis. Das stimmt, oder? Ja, ja. Nein, ich bin eigentlich exklusiver Engländer. Also ich bin eigentlich nur Brite. Achso, dann hast du doch nicht zwei Ausweise? Ich habe gar keinen deutschen Ausweis. Nein, nein. Das sagt daran, dass ich damals, als ich noch jung war, da warst du ja noch gar nicht auf der Welt. Was? Schon möglich. So ein alter Sack bin ich schon. Nein. Ich habe halt noch den Militärdienst von 18 Monaten. Okay. Und ich als Engländer wurde da einfach nicht genommen, weil ich so ein Ausländer bin. Weißt du... Das ist ja Diskriminierung. Ja, Gott sei Dank. Also ich hätte ja nach West-Berlin emigrieren können. Okay. Dann muss man ja auch nicht zum Bund. Aber dann muss man ja mindestens zehn Jahre wohnen, bis es verjährt ist. Oh, das ist ja blöde. Das ist auch blöd, ja. Aber sag mal, nachdem du ja eigentlich Engländer bist, woher hast denn dann deine Alkoholverwerter gehen? Weil ich meine, die Engländer, die vertragen ja auch einiges. Bist du dann mehr der Bayer oder bist du mehr der Engländer? Oder kommt alles zusammen? Ja, ich übernehme so ein bisschen die englische Methode. Ich schütte ordentlich rein bis elf, bis das Papp zumacht. Und dann gibt es noch das Fluchtachterle. Das habe ich aus Österreich importiert. Ein Fluchtachterle. Ja, also du schüttest bis elf, dann denkst du dir so, jetzt ist Zeit zum Heimgehen und dann nimmst du noch ein Fluchtachterle. Das habe ich aus Tirol importiert. Das ist ja alles kosmopolitisch. Aber das ist doch jetzt Wein, oder nicht? Ja, weil Bier kann man ja dann nicht mehr trinken. Das heißt, du schützt auf deinen Rausch dann auch noch ein Glas Wein drauf. Und wenn ich dann daheim bin, noch das Ausgleichsbier. Ja, und am nächsten Morgen ein Kontrabier nehme ich an. Müsste man, aber ich nehme zwei Liter Wasser. Und ein Aspirin. Nein, das bringt glaube ich... Nein, so Chemie stehe ich nicht drauf. Nein, nein. Er kommt schon vor allem. Eher Gemüsebrühe. Na Gott, der Aspirin, das ist doch schön. Das riecht einen doch auf. Also... Und ein Ibuprofen dazu. Jetzt machen wir noch ein bisschen Schleichwerbung. Das ging sauber. Alle Schmerzmittel führen wir jetzt auf. Nein, nein. Na, Gemüsebrühe ist das Beste. Und Ingwer-Zitrone-Tee. Super. Mit Minze und Honig. Okay. Jetzt erzählst du mal noch ein bisschen was über deine neuesten Projekte. Steht gerade irgendwas Neues an bei dir? Neuer Film? Ah! Da ist die Frau! Na, ich habe ja jetzt eineinhalb Jahre durchgehackelt. Und habe jetzt gerade noch in Italien einen schönen Film zu Ende gebracht. Und ich mache jetzt erstmal ein bisschen Pause. Weil ich muss mich jetzt wieder mal um Frau und Kinder kümmern. Und ich weiß, dass es nächstes Jahr im Frühjahr schon wieder mit dem Theater losgeht. Und bis dahin lasse ich es mal ruhig angehen. Also ich habe heute mit der Agentur telefoniert. Es sind noch ein paar schöne Projekte so im Angebotskorb. Aber wenn es nichts wird, dann mache ich auch gerne mal wieder Pause. Weil zwischendurch muss man auch wieder auftanken. Völlig richtig. Die Wiesn ist super anstrengend. Eine Frage habe ich noch an dich. Wie ist es denn für dich, wenn du in eine Tracht reinschlüpfst? Verändert dich das irgendwie? Bedeutet dir die Tracht was? Na, ich bin ja ein diplomierter Heimatfilmdarsteller. Also meine komplette Tracht kommt eigentlich vom Film. Insofern habe ich das schon total ausgelebt. Also ich war schon in der Tiroler Schützengilde. Ich war auf Bauernhochzeiten. Und ich habe ja ganz viele Filme richtig derb bayerisch gespielt. Und ich habe schon zwei Komödienstadel hinter mir. Und ich bin ja Löwengruben erprobt. Also ich habe da alles durch. Und insofern ist die Tracht für mich ganz normal. So. Danke. Okay. Super. Das war der Timothy Peach für WiesnGaudiTV. Ciao. Ciao. Ciao.